Ich bin letztens auch beim Doktor gewesen und habe gesagt, du Doktor, mit meiner Frau stimmt nichts, die gehört noch mal gut, die gehört noch mal gut, was sollen wir machen? Sagt der Doktor, ja, machen wir mal einen Test. Du hast sie noch mal getestet und wenn sie nicht gut ist, es kostet mit ihr zu mehr Praxis, dann können wir sie gründlich untersuchen. Ich bin dann nachher, am nächsten Mittag bin ich gerade in der Kochen gewesen, vom Gang her kam in die Kochen, da sehe ich gerade, was sie am Herzen steht, am Kochen ist ein. Ich habe sie zu der Türschwelle eingerufen und sage, Schatz, was geht es heute Mittag? Nichts, keine Antwort. Die Kochen, ein bisschen näher, hat gesagt, Schatz, was geht es heute Mittag? Keine Antwort, nichts. Dann ging sie hoch, da bin ich noch ein bisschen näher, sage ich, Schatz, was geht es heute Mittag? Wieder nichts zu kommen, keine Antwort, dann gehe ich heil und zack. Dann bin ich ganz nah zu ihr, da hinten das Vögel her gestanden, habe ich so über die Schulter hineingeschaut und gesagt, Schatz, was geht es heute Mittag? Dann dreht sie sich hoch und sagt, jetzt schäckst du es heute zum vierten Mal, Buhle geht es heute. Dann geht es heute Mittag. 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 Vielen Dank.